Die Aufgabe ist, dass wir mit vollständiger Induktion beweisen sollen, dass für alle natürlichen Zahlen größer gleich 2 diese Ungleichung hier gilt. Schritt Nummer 1 bei jeder vollständigen Induktion ist der Induktionsanfang. Das bedeutet, wir setzen die kleinste natürliche Zahl ein, für die die Aussage gelten soll. Bei uns ist das gerade n gleich 2. Das heißt, wir setzen jetzt in dieser Aussageform hier für jedes vorkommende n eine 2 ein. Auf der linken Seite kommt das n nur in diesem Summationsindex oben vor, also Summe von k gleich 1 bis k gleich 2 von den Termen 1 durch Wurzel k. Und auf der anderen Seite dieser Ungleichung steht Wurzel n. Da setzt man die 2 ein, also größer als Wurzel 2. Überprüfen wir das. Auf der linken Seite haben wir die Summe von k gleich 1 bis k gleich 2. Das heißt, wir haben hier zwei Summanden. Der erste Summand ist der, wenn wir eine 1 einsetzen, also 1 durch Wurzel 1. Gut, das ist nur eine 1. Und der zweite Summand ist, wenn wir für das k eine 2 einsetzen, also 1 durch Wurzel aus 2. Gut, das ist eine 1, das ist eine 0,707 und Wurzel aus 2 ist eine 1,414 ungefähr. Nimm ruhig einen Taschenrechner und überprüfe das. Aber die linke Seite ist auf jeden Fall größer als die rechte und damit check, der Induktionsanfang ist geglückt. Zumindest wissen wir jetzt, dass überhaupt irgendeine natürliche Zahl größer gleich 2 existiert, die diese Ungleichung hier erfüllt. Wer weiß, vielleicht gibt es auch noch mehrere davon. Genau deshalb nehmen wir uns im zweiten Schritt der Induktionsvoraussetzung irgendeine beliebige, aber feste Zahl, die die Aussage hier oben erfüllt und nennen sie ganz allgemein n, um dann im Folgenden damit weiterzuarbeiten. Formal schreiben wir einfach nur nochmal die Aussage dort oben ab, nur ersetzen den Alquantor durch das Wort sei. Das einzige, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist, dass zu dieser natürlichen Zahl, die unsere Aussageform erfüllt, auch der zugehörige Nachfolger diese Aussageform erfüllt. Denn dann könnten wir aus dem fünften Peano-Axiom folgern, dass tatsächlich unsere Aussage für alle natürlichen Zahlen größer gleich 2 gilt. Das heißt, formal schreiben wir jetzt einfach nur auf, dass zu zeigen ist, dass genau das gleiche hier gilt, nur eben für den Nachfolger. Also wir ersetzen jedes vorkommende n durch ein n plus 1. Im letzten und spannendsten Schritt, dem Induktionsschritt, zeigen wir, dass die Ungleichung aus der Behauptung eine wahre Aussage ist, und zwar unter Zurhilfenahme der Induktionsvoraussetzung. Du musst auf jeden Fall diese Induktionsvoraussetzung benutzen, ansonsten lässt sich der Beweis nicht abschließen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, im Induktionsschritt immer mit der Summe aus der Induktionsbehauptung zu starten. Also in diesem Fall hier mit der Summe von k gleich 1 bis n plus 1 von 1 durch Wurzel k. Und diese Summe jetzt so zu zerlegen, dass wieder die Summe aus der Induktionsvoraussetzung drin enthalten ist. Und das geht ziemlich einfach. Schau dir mal die Indiziers an. Beide starten bei k gleich 1 und beide beinhalten auch k gleich n. Nur die blaue Summe enthält genau einen Summanden mehr, und zwar noch den Summanden mit dem Index n plus 1. Das heißt, alle Summanden dieser roten Summe von k gleich 1 bis k gleich n sind alle auch in der blauen Summe enthalten. Aber in der blauen Summe ist noch genau ein Summanden mehr enthalten, und zwar der, der entsteht, wenn wir n plus 1 hier für jedes vorkommende k einsetzen. Also plus 1 durch Wurzel aus n plus 1. Und an dieser Stelle können wir jetzt direkt die Induktionsvoraussetzung benutzen. Denn diese Summe hier soll ja laut Voraussetzung größer sein als Wurzel n. Das bedeutet, wir schätzen jetzt diesen gesamten Term nach unten ab. Wir machen ihn kleiner. Wir ersetzen jetzt diese Summe hier durch Wurzel aus n. Und diesen Summanden, der hinten dran addiert wird, den lassen wir einfach so wie er ist. Ich weiß, dass genau dieser Schritt den meisten am Anfang sehr unangenehm wirkt, denn da steckt keine große Rechnung hinter, keine höhere Mathematik, einfach nur pure Logik. Halt einfach mal diesen Term, der gleich ist. Halt ihn einfach zu, denk ihn dir weg. Und schon steht hier unsere Induktionsvoraussetzung. Das, was wir zu 100% wissen und benutzen sollen. Und wenn jetzt auf beiden Seiten genau der gleiche Term dran addiert wird, dann ändert sich an dieser Relation nichts. Dieser Term ist größer als dieser Term. Würde hier ein Istgleichzeichen stehen, würden wir auch hier ein Istgleich schreiben. Würde hier ein kleiner stehen, würden wir hier ein kleiner schreiben. Bei einem größeren Zeichen schreiben wir eben hier ein größer Zeichen. Und jetzt gibt es an dieser Stelle tatsächlich sogar zwei Möglichkeiten, die ich dir zeigen möchte, um diese Aufgabe abzuschließen. Die erste Variante, die ich dir zeige, ist die, die du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in der Uni kennenlernst. Und zwar wird einfach nur dieser Term jetzt so lange weiter nach unten abgeschätzt. Also so lange kleiner gemacht. Bis du die rechte Seite von deiner Behauptung erreichst. Wurzel aus N plus 1. Der Grundgedanke dahinter ist, dass du dich jetzt einfach nur fragst, was habe ich und was hätte ich gerne. Und dir dann Gedanken darüber machst, wie kannst du dein Ziel erreichen. Zum Beispiel, wir haben zwei Summanden, hätten aber gerne am Ende nur einen Summanden. Und wie könnten wir unser Ziel erreichen? Naja, mein erster Gedanke wäre hier, dass wir dieses Wurzel aus N erweitern mit Wurzel aus N plus 1. So, dass wir zwei Brüche haben, die wir dann ganz einfach zusammenfassen können. Und schon haben wir nur einen Term. Lass uns das mal aufschreiben. Ich meine, wenn es nicht klappt, können wir es immer noch durchstreichen. Ich würde sagen, lass uns mit Wurzel aus N plus 1 erweitern. Dann haben wir Wurzel aus N plus 1 mal Wurzel N geteilt durch Wurzel aus N plus 1. Und dann soll dieser Term noch mit 1 durch Wurzel aus N plus 1 addiert werden. Okay, da die Nenner gleich sind, können wir direkt die Zähler zusammenfassen. Und deswegen schreibe ich die 1 direkt mit nach oben in den Zähler rein. Und jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, wieso dieser Term größer ist als Wurzel aus N plus 1. Das ist nämlich gar nicht offensichtlich. Tatsächlich erfordert das auch ein bisschen Training oder trainiertes Raten, wie auch immer man es gerne bezeichnen möchte. Mein erster Gedanke an dieser Stelle ist, dass wir einfach diese Plus 1, die unter der Wurzel steht, weglassen. Ja, wir dürfen einfach irgendwas weglassen. Denn hier geht es nicht darum, irgendwelche Rechenoperationen durchzuführen, sondern einfach nur um pure Logik. Wie wird dieser Term kleiner? Kleiner wird er zum Beispiel, indem ich positive Zahlen oben im Zähler einfach weglasse. Oder indem ich negative Zahlen unten im Nenner weglasse. Oder sollte es mal oben im Zähler negative Zahlen geben, wie eine Minus 1, dann könnte ich negative Zahlen auch einfach verstärken und eine Minus 2 draus machen. In all diesen Fällen wird der gesamte Term kleiner. Und das Ziel ist, wie gesagt, den Term so klein zu machen, dass wir am Ende auf Wurzel aus N plus 1 rauskommen. Natürlich dürfen wir den nicht zu klein machen. Wir könnten auch sagen, der ist größer als 0. Aber eine 0 wird mir nicht helfen, um Wurzel aus N plus 1 zu erreichen. Ich persönlich würde diese plus 1 hier weglassen. Einfach, weil wir dann nur noch Wurzel aus N mal Wurzel aus N haben. Und das lässt sich wunderbar zusammenfassen zu N. Und dann haben wir N plus 1 geteilt durch Wurzel aus N plus 1. Und gut, wenn man dann noch das Rechengesetz für die Potenz und Wurzeln kennt, dann weiß man, dass tatsächlich genau das bei rauskommt. Und du siehst, das erfordert tatsächlich trainiertes Raten und ein bisschen Übung. Die zweite Variante, die ich dir gleich zeige, die ist weit intuitiver und geht auch einfacher. Aber diesen Weg, das ist der, der dir wahrscheinlich in der Uni beigebracht wird. Also, dass du einfach jetzt über schlaues Raten drauf kommst, dass du diese plus 1 weglässt und dadurch der gesamte Term kleiner wird. Dann bleibt nämlich über Wurzel aus N mal Wurzel aus N plus 1 geteilt durch Wurzel aus N plus 1. Und genau wie ich es gerade gesagt habe, das hier wird zu einem N. Also haben wir N plus 1 geteilt durch Wurzel aus N plus 1. Und siehst du das? Die Basen sind gleich, wenn du das als eine Potenz auffällst. N plus 1 hoch 1 und N plus 1 hoch, weißt du noch, wenn man eine Wurzel umformt? N plus 1 hoch 1 halb. Eine zweite Wurzel hoch 1 halb, eine dritte Wurzel hoch 1 drittel, eine vierte Wurzel hoch 1 viertel. Und dann laut Potenzgesetz kann man die Potenzen voneinander abziehen. Ich möchte das gar nicht zu sehr in die Länge ziehen. Am Ende kommt raus N plus 1 hoch 1 halb, beziehungsweise wieder umgeschrieben Wurzel aus N plus 1. Und tatsächlich, dieser Term hier ist jetzt größer als Wurzel aus N plus 1. Und wenn du die ganze Kette verfolgst, dieser Term hier, ja, das ist der hier, der wird immer kleiner gemacht, immer kleiner gemacht, immer kleiner gemacht. Und am Ende so klein gemacht, dass Wurzel aus N plus 1 rauskommt. Also check, genau das hier wurde gezeigt. Aber ganz ehrlich, die zweite Variante, die ich jetzt zeige, die wird dir weit besser gefallen. Und zwar kannst du in sehr vielen Fällen diese Abschätzungen hier umgehen, indem du einfach nur den großen Hammer rausholst und so lange auf diese Ungleichung einprügelst, bis sie dir sagt, ja, ich bin wahr oder nein, ich bin falsch. Was ich damit meine ist, dass wir doch einfach nur zeigen müssen, dass dieser Term hier größer ist als Wurzel aus N plus 1. Also, lass uns das doch mal so aufschreiben. Wurzel aus N plus 1 durch Wurzel aus N plus 1 soll größer sein als Wurzel aus N plus 1. Wir wissen noch nicht, ob das stimmt. Okay, genau, genau, wissen wir schon, weil wir haben es gerade nachgewiesen. Aber angenommen, wir hätten die erste Variante nicht gemacht, ja, dann wüssten wir nicht, ob das stimmt. Aber wir können diese Ungleichung jetzt vereinfachen. Also, das ist der große Hammer, den ich meine, ja. Wir können es vereinfachen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen, sodass diese neu entstehende Ungleichung denselben Wahrheitsgehalt hat wie diese hier. Nur, dass die neu entstehende Ungleichung wesentlich einfacher zu verifizieren ist. Was ich damit meine, ist zum Beispiel sowas hier. Wir könnten einfach mit Wurzel aus N plus 1 multiplizieren und der Wahrheitsgehalt bleibt gleich. Ich möchte deswegen damit multiplizieren, weil zum einen dann dieser Bruch hier wegfällt und zum anderen, naja, wenn wir die gleiche Wurzel miteinander multiplizieren, dann bleibt nur noch über N plus 1. So wie hier. Wurzel N mal Wurzel N oder auch nur zu einem N. Also, die Wurzel fällt weg. Wir müssen allerdings, wenn wir damit multiplizieren, jeden einzelnen Summanden damit multiplizieren. Also, Wurzel N mal Wurzel N plus 1. Dann wird dieser Bruch damit multipliziert. Dadurch fällt einfach nur der Nenner weg, überbleibt der Zähler 1. Und das Relationszeichen, das bleibt erhalten, weil wir mit einer positiven Zahl multiplizieren. Das ist wichtig. Wäre das eine negative Zahl, würde sich dieses Zeichen umdrehen. Und auf der anderen Seite bleibt über N plus 1. Dann siehst du das? Wunderbar. Jetzt können wir noch Minus 1 rechnen und dann fallen gerade diese Plus 1 weg. Und das Einzige, was uns noch stört, sind diese Wurzeln hier. Aber das ist auch kein Problem. Da ja beide Seiten positiv sind, können wir ganz einfach quadrieren. Und überbleibt N mal N plus 1. Wichtig, jeder Faktor muss quadriert werden. Größer als N Quadrat. Auch diese Seite muss dann quadriert werden. Und siehst du das? Wenn wir ausmultiplizieren, dann haben wir N Quadrat plus N größer als N Quadrat. Und wenn wir schlussendlich noch N Quadrat abziehen, bleibt über N größer als 0. Und das Schöne ist, weil wir die ganze Zeit nur Äquivalenzumformungen benutzt haben, ist diese Aussage hier genau dann wahr, wenn die obere wahr ist. Nur, dass die obere wesentlich schwieriger zu verifizieren ist als die untere. Aber da wir uns laut Voraussetzung sowieso nur mit Ns beschäftigen, die größer gleich 2 sind, haben wir es geschafft. Denn die obere Aussage ist automatisch wahr, wenn N größer ist als 0. Und da das N sogar schon größer gleich 2 ist, ist das hier auf jeden Fall eine wahre Aussage. Wenn das eine wahre Aussage ist, ist das eine wahre Aussage. Und wenn das eine wahre Aussage ist, haben wir es geschafft. Dieses Zeichen hier hat sich bewahrheitet. Dieser Term ist tatsächlich größer als Wurzel aus N plus 1. Und damit können wir auch hier ein Häkchen dran setzen. Und tatsächlich, die Induktion ist abgeschlossen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.